Ich habe in der Farmwelt von meinem Minecraft Citable Server diesen Noob-Spiele hier mit Lederrüstung gefunden, der seit ungefähr zwei Stunden Sand farmt. Und in diesen zwei Stunden hat er einfach nur sieben Stacks Sand gefarmt, weil er keine guten Tools hat. Deswegen habe ich mir zwei coole Überraschungen für diesen Spieler überlegt. Und zwar die erste Überraschung, dass ich jeden einzelnen Holzstamm, der sich in diesem Dorf befindet, zu Diamanterzen replaced habe. Das heißt, damit kann er schon mal die ein oder anderen Diamanten farmen. Die nächste Überraschung, die ich für ihn habe, ist diese OP-Schaufel, die man normalerweise als Spieler niemals bekommen könnte. Ich würde schätzen, dass die Schaufel so ungefähr 1-2 Millionen Dollar wert ist. Und ich würde sagen, wir droppen ihn hier einfach und ihr könnt diesem Spieler jetzt auch eine Freude bereiten. Er hat mir gerade Brot geschenkt als Dankeschön. Hier war es, ich habe auch noch Rest für dich. Nimm Steaks. Pro Like auf diesem Short werde ich ihm einen Sandblock geben, weil er scheinbar ganz viel Sand braucht. Und pro Kommentar, den er schreibt, werde ich ihm einen Diamanten schenken.